Und der, der da abhebt, kann Auftritte inszenieren und macht nach außen hin kaum was falsch. Fragen wir den Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak. Guten Abend nach Dortmund. Guten Abend, Herr Körner, Berlin. Herr Ziemiak, die Parteichefin und Sie werden kritisiert, weil keine Wahlerfolge so richtig kommen und weil es das große CDU-Thema nicht gibt. Warum können Sie sich nicht als Macher inszenieren? Es geht hier nicht um einzelne Personen und schon gar nicht um mich, sondern es geht um die CDU. Und was die CDU in diesem Land bewirken will. Und deswegen sollten wir uns jetzt auch nicht orientieren an anderen, die sich in die politische Debatte einbringen, sondern klar sagen als Union, was wir wollen. Gerade in dieser Zeit geht es darum, auch die Wirtschaft zu entlasten. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform. Wenn wir all das umsetzen, was wir gerade versprechen, beispielsweise mehr Mobilität auf der Schiene, alles, was mit dem Klimapaket zu tun hat, dann müssen wir auch das Planungsrecht in Deutschland entrümpeln und über die Frage sprechen, nicht nur, wie wollen wir in Zukunft leben, sondern wovon. Und das sind die Themen, Carsten Linnemann hat das gerade in ihrem Beitrag gesagt, die den Menschen wichtig sind, nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne. Aber wenn es Themen sind, die den Menschen wichtig sind, Planungsrecht ist jetzt etwas, was sich nicht so furchtbar leicht nach außen vermitteln lässt. Fehlt da vielleicht auch so ein bisschen die Abteilung Attacke, die Sie als Generalsekretär auch leiten? Es geht darum, dass wir jetzt auch im Hinblick auf den Bundesparteitag klar sagen, womit wir uns beschäftigen, nämlich wie wir auch die soziale Marktwirtschaft nachhaltig beschäftigen. Jetzt sagen Sie, das ist ein schwieriges Wort, Planungsrecht oder Unternehmenssteuerreform. Ja, das stimmt, das sind keine sexy Themen, aber das sichert die Grundlage für unseren Wohlstand von morgen. Deswegen sage ich, lieber in der Sache hart sein, anstatt nur jeden Tag auf ein Thema zu gehen, was besonders einfach verständlich ist. Sie können aber die Kritik, die von den meisten Seiten oder von vielen Seiten im Augenblick kommt, ja nicht komplett ignorieren. Es hat so ein bisschen den Eindruck, als liefe da so ein bisschen was falsch seit dem Amtsantritt von Ihnen und Frau Kramp-Karrenbauer vor zehn Monaten. Was war denn der Plan eigentlich? Schauen Sie, im Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit und nicht sie richten ihr Personal und ihre Inhalte nach den aktuellen Umfragen jeden Tag anders aus. Und deshalb geht es jetzt um Sacharbeit. Es geht darum, sich aufzustellen, wie wollen wir eigentlich Deutschlands Zukunft gestalten. Und deswegen sage ich, nehme ich das alles zur Kenntnis und beschäftige mich auch damit. Aber es darf jetzt hier nicht um Einzelpersonen gehen, sondern um unser Land. Es gibt aber Leute, die sagen jetzt, es hat in Österreich Sebastian Kurz gezeigt, wie man das macht, wie man Wahlen gewinnt, wie man wieder zu knapp 40 Prozent kommt. Was lernen Sie von ihm? Erstmal freue ich mich riesig für Sebastian Kurz, weil er seine gute Politik fortsetzen kann. Zweitens, weil er gezeigt hat, wie wichtig Volksparteien in Europa sind. Und drittens, was kann man daraus lernen, dass man sich nicht mit sich selbst beschäftigt. Schauen Sie, haben Sie eine Debatte erlebt in der ÖVP, der eine will nach links, der andere will nach rechts. Die ÖVP ist zerstritten. Nein, Sie hatten ein klares Programm, einen guten Kandidaten und wussten, wohin Sie wollen. Nämlich Sie haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was ist wichtig für Österreich. Um nichts anderes ging es und so muss auch die CDU auftreten. Jetzt, Gerhard, Ihr politischer Mitbewerber, die SPD oder zumindest Ihr Koalitionspartner, gerade ein sehr aufwendiges Verfahren nach der Suche einer heim Vorsitzendenpaar begonnen. Und just in dem Moment, sagt die Junge Union, da hätten wir vielleicht einiges daraus lernen können. Zumindest bei einem Kanzlerkandidaten sollten die Mitglieder stärker beteiligt werden, möglicherweise durch ein Mitgliedervotum. Was halten Sie davon? Naja, wir sehen an der SPD, dass diese Entscheide ja nicht ein Garant sind dafür, dass es nur nach oben geht in den Umfragewerten, sondern bei der SPD sieht man das Gegenteil. Mir ist ein Punkt ganz wichtig. Wir bestellen und bestimmen den Spitzenkandidaten für eine Bundestagswahl gleichberechtigt und gemeinsam auch mit der CSU als gemeinsame Schwestern. Das wollen wir auch in Zukunft tun. Aber nochmal, jedes Verfahren kann nur so gut oder so schlecht sein wie unser Programm. Kein Mensch wird uns deswegen wählen, weil unser Wahlverfahren so toll ist, sondern indem die Menschen sagen, jawohl, das ist die Sprache, die wir sprechen. Die Frage war aber, ist eine Urwahl eines Kanzlerkandidaten für Sie der richtige Weg? Die Junge Union schlägt das vor. Sie waren ja selbst mal Junge Union Vorsitzender. Ich freue mich auch auf den Deutschlandtag der Junge Union und die Junge Union wird das dort diskutieren. Der Wirtschaftsflügel der CDU hat es diskutiert, mehrheitlich abgelehnt. Das wird jetzt spannend und ich freue mich auf die Diskussion dort. Ein letzter Versuch. Was halten Sie denn von einer Urwahl? Naja, eine Urwahl ist eine Möglichkeit, die Kandidatin, den Kandidaten zu bestimmen. Aber nochmal, ich bin überzeugt davon, dass die Umfragen weder schlechter noch besser werden an der Frage, wie wir dieses Wahlverfahren gestalten. Wir machen das gemeinsam mit der CSU. Wenn ich zurückblicke, auch in manche Mitgliederbefragungen innerhalb der Union, dann war am Ende auch das Wahlergebnis nicht erfolgreich. Das hat dann am Ende vielleicht nichts mit diesem Wahlsystem zu tun. Deswegen sage ich, lasst uns nicht so viel Hoffnung in diese Debatten setzen, sondern die Menschen müssen wissen, wofür stehen wir und was unterscheidet uns von anderen Parteien, diese Unterscheidbarkeit. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Paul Ziemerk, schönen Dank nach Dortmund. Ich danke Ihnen.